Die nächste Runde kann beginnen. Fight Night. Internetproblem. Okay. Fight Night in 3, 2, 1, go! Ähm, D gegen FCB. Äh, G bitte aus dem Weg, G. Okay, wer gewinnt jetzt das Duell? Wird interessant. Zwei Schwarze. Okay, da hat schon jemand gewonnen. Ähm, was war das denn jetzt? Komisch, das müsst ihr sehen. Achso, nee, doch nicht. Okay, FCB hat gewonnen. So. Dann gleich der nächste. Jalli hat schon gewonnen. Kommt gleich schon in der nächsten Runde. Artlea gegen... Xe. Xe. Ist er noch da? Nee, der ist auch raus. Okay. Der ist raus. So. Artlea gegen... Ich... Äh, der ist hier raus. So. Artlea gegen Manz. Manz. Artlea gegen Manz. Ist er noch da? Ja, der ist noch da. Artlea gegen Manz. Fight Night in... Drei. Zwei. Eins. Go. Oh. Ein harter Kampf. Oh. Der Adler hat gewonnen. Da steht doch... Klar. Eins. Manz. Okay. FCB gegen Jalli. FCB gegen Jalli. Da sind sie. In den offenen Ring. Gucken sich an. Fight Night in drei. Zwei. Eins. Go. Go. Ja. Die klappen sich. Der Nakidai gegen den harten Anzug. Bitte nicht mit Kugeln schießen. Keine Waffen. Oh. Wer hat gewonnen? FCB. Hat gewonnen. In der nächsten Runde. So. Adler hat auch schon wieder gewonnen. Wunderbar. Dann FCB gegen Adler. FCB gegen Adler. Er brennt schon. Okay. Dann kann der vorletzte Kampf beginnen. In drei. Zwei. Eins. Go. Wer gewinnt das Duell? Wer gewinnt das Duell? Das wird interessant. Oh. Mein Auto. Verschwindet. Nee. Okay. Wer gewinnt jetzt von den beiden? Es wird interessant. Oh. Der Adler hat gewonnen. Okay. Alles klar. Der letzte Kampf. Oh. Okay. Wir haben keine mehr. Der Adler hat schon gewonnen. Der Adler. Okay. Du kriegst eine Belohnung von mir. Mach deine Pose. Stellung einbewahren. Stellung. Pose. Warte. Mach deine Pose. Du hast gewonnen. Nee. Da bist du gar nicht. Da ist er. Der Polizist hat gewonnen. Nee. Das kann doch mal nicht wahr sein. Mach deine Pose. Okay. Ja. Wunderschön. Danke. Oh. So will ich aber nicht sterben. So. Jetzt machen wir allgemein Fight Night. Alle gegen alle. Ich gucke mir das lieber nur an. Ich hole mir mal ein Auto. So. Alle gehen in diesen Café hier vorne rein. rein. Guck mir das vom Dach aus an. Ähm. Jetzt haben wir da eine Patrone. Bitte. Ähm. Keine Waffen. Oder irgendwie sowas. Handgranaten. Nicht werfen lassen. So. Noch nicht schlagen, Leute. Noch nicht schlagen. Seid nicht so voreilig. So. Kommt jetzt alle hier her. Hier unten. In diesen kleinen Raum. Da unten. Nach unten. Ich sag. Wann es beginnen kann. Schlagt euch nicht zu früh. Gucken wir das lieber von hier an. So. Kommt alle her. Geht dann nach unten. So. Nach unten. Jali. Nach unten. Jemand hat Kops. Der macht die nicht weg. Selbstmord. Selbstmord. Okay. Es kann noch nicht losgehen. Noch nicht. Leute. Beherrsch dich. Bitte. Da geht der Buller rüber. Okay. Das war's. Okay. Sind alle da unten jetzt? Es kann gleich losgehen. Die geht bitte nach unten. So. Ah. Da kann sich jemand nicht beherrschen. Da unten. Wer ist das denn? Mike für? Nee. Der kann sich nicht beherrschen. Okay. Es kann gleich losgehen. Fight Night. Drei. Zwei. Eins. Go. Los. Prügelt euch. Dann sind da gleich alle tot. Und die Kops auch weg. Ja. Wer gewinnt denn hier? Okay. Der Herr im Anzug hat eigentlich gewonnen. Aber. Naja. Egal. Naja. Kommt davon. Wenn man so eine Grasgranate wirft. Dann sterben sie doch alle. Ja. Fahr mich nicht an. Ist klar. Los geht's. Fahr mir langsam dahin. Nicht so langsam. Jetzt kann es schon 60 fahren. So. Wir hatten schon wieder ein kleines Serverproblem. Aber. Irgendwie habe ich das nur heute. Keine Ahnung. Aber halb zu wild. Oh. Autsch. Ja. Ähm. Nein. Eins habe ich noch vergessen zu sagen. Ich stelle jeden Tag zwei Videos hoch. Eins geht immer zehn Minuten. Und ein Tuning treffen geht ungefähr eine Stunde oder zwei Stunden. Und davon stelle ich dann immer ein Video hoch mit zehn Minuten. Zwei Stück am Tag. Ja. Okay. Da rammt jemand. Irgendjemand. Okay. Na. Wir müssen jetzt da irgendwie hinkommen. Zum Jahrmarkt. So. Ja. Schönes Auto hat der. Das gefällt mir. Fahren wir gleich mal so. So gefällt mir das am besten. Na Kollege. Alle fahren hinterher. Mal so. Hier. Nimm das. Kollege. Nimm das. Wenn ihr das sehen würdet. Ja. Ist klar. Also wenn ich denn hier fahre ich denn hier. Das Radar so. Okay. Parkt mal hier. Und dann steigen wir alle mal aus. Ja. Ich stecke zu früh aus. Du willst doch nicht einen Behindertenparkplatz fahren. Oder bist du behindert? Ah. Du hast einen Ausweis. Gut. Ging alles über die schwarzen Karten. Okay. Alle parken. So. Dann lass uns mal zu die Achterbahn. Geht ruhig im Pussy-Modus. Das war das Ding. Haben wir Sicherheit. Sicherheit geht vor. So. Vorsichtig. Wartet bis alle da sind und dann einsteigen. Sonst fährt die ohne uns los. Was? Vielen Dank.